Herzlich Willkommen zu einer neuen Betrachtung im Brief des Jakobus. Wenn wir bisher in unseren letzten fünf Stunden aufmerksame Schüler waren, dann haben wir gesehen, dass das Zentrum der Botschaft des Jakobus der Glaube ist. Und er fängt von vornherein an klarzumachen, ist der Glaube in der Anfechtung beständig, ist er richtig dort, dann führt er zu einem Ergebnis. Und dieses Ergebnis kann man sehen. Es ist nicht ein Ergebnis, das geheim verborgen ist. Nein, das Ergebnis ist sichtbar. Und sichtbar ist es durch einen Charakter, der, wenn er geprüft ist, geduldig ist. Wenn er geprüft wird, etwas zu sagen, dass er schweigt. Wenn er geprüft ist, ich sage jetzt mal, Witte zu reißen, dass er das vermeidet und nicht tut. Dass er geprüft ist, dass wenn er gereizt wird zum Zorn, dass der Glaube ihn dazu bringt, dass er frei ist von Zorn, dass der Glaube ihn dahin bringt, dass er weise ist, dass er seine Zunge kontrollieren kann, dass er fähig ist, das Gute zu tun. So, der Glaube ist, wenn man so will, der Weg, der uns zu all diesen Dingen führt. Deshalb ist das Thema in diesem Schreiben ausdrücklich um den Glauben. Wir haben gesehen in der letzten Stunde, dass der Glaube an Jesus Christus nicht erlaubt, dass wir die Person ansehen. Dass das eine Übertretung des Gesetzes ist und der rettende Glaube eine Übertretung des Gesetzes nicht in sich hat und nicht erlaubt. Und heute haben wir das Thema ein lebendiger Glaube. Und dieses Thema, da ja der Glaube, das, ja ich sage jetzt mal nicht das Mittel, sondern der Weg ist, das Mittel ist die Gnade, das der Glaube benutzt, um Dinge zu erreichen. Aber der Glaube ist der Weg. Es ist das, was der Mensch tun muss, damit er an das Mittel, das Gott ihm zur Verfügung stellt, herankommt. Und sicherlich ist hier auch der Kampf am stärksten, um den Menschen ihn durcheinander zu bringen, um ihn dahin zu bringen, dass er nicht weiß, was ist denn lebendiger, rettender Glaube. Und kann der Satan uns hier verirren und verwirren, dann sind wir verirrt und verwirrt für alle Ewigkeit. Und es scheint in dieser Sache keine Klarheit hineinzukommen. Diese Diskussion, was der lebendige Glaube ist, was Glaube und Werke ausmacht, ist und bleibt, obwohl es ja klar sein müsste, für die Christen ein großes Diskussionsthema. Dabei bedarf es keiner Diskussion, weil die Dinge sind von der Bibel her durch Gottes Geist klar, unmissverständlich dargestellt. Aber nimmt man das, was klar und unmissverständlich dargestellt ist im Wort Gottes, mit einem, sage ich jetzt mal, verwirrten Geist auf, mit einem Vorurteil, mit einer Vorprägung auf, dann kann das Klare nicht helfen, weil das Verwirrte im Menschen prägt ihn und so nimmt er das Wort und verdreht es und kommt nicht dahin, wo er kommen, letztendlich kommen möchte. Deshalb möchte ich in dieser Stunde dieses Thema zwischen Glauben und Werke, ich hätte den Wunsch, ein für allemal zu erklären, festzumachen und wir diskutieren nie mehr darüber, weil wir es verstanden haben und wir setzen es um. Lasst uns lesen diesen Abschnitt, der angeblich so viele Diskussionen bringt, der doch so klar und deutlich ist, wie er nur deutlich sein kann. Wir haben ja schon gesehen, den ersten Teil in der letzten Betrachtung, das lesen wir in Jakobus 2, Abvers 14. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn er ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung isst und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, nur tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllt sich die Schrift, die spricht Abraham, aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. So, ein Abschnitt, den wir leicht, denke ich jetzt mal, auseinander pflücken können und erkennen können, was er uns zu sagen hat. Und das wollen wir tun. Wir wollen sehen, was ist der rettende Glaube und was ist der nicht rettende Glaube. Und ich versuche es wieder in einem Bild, weil wir müssen es schreiben und in Bildern versuchen zu erklären. So, nehmen wir als erstes hier am Anfang den nicht rettenden Toten Glauben. Dann nehmen wir hier den rettenden, lebendigen Glauben. Das erste, was wir verstehen sollten, ist, dass der rettende, lebendige Glaube etwas tut, was der nicht tun kann. Der rettende, lebendige Glaube, er verknüpft sich, er verbindet mich mit Gott, mit Christus, mit der Gnade. Das ist das Mittel, das ist der Weg. So, das ist der erste Aspekt. Der nicht rettende Glaube, der verbindet mich nicht mit Gott, der handelt aus sich selbst. Der nicht rettende Glaube, der nicht rettende Glaube handelt aus sich selbst. Wenn man so will, er vertraut sich selbst. Das, was man heute so groß immer nennt, Selbstvertrauen. Selbstvertrauen muss der Mensch haben. Ohne Selbstvertrauen kommt er nicht vorwärts. So, nicht rettende Glaube, ist das so zu sehen, handelt aus sich selbst. Er vertraut sich selbst. Er hat ja sonst nicht so in seiner Blindheit, worauf er sich verlassen soll. Er handelt aus sich selbst heraus. Er vertraut sich selbst. So, das ist erstmal die Grundbasis der beiden Glauben. Aber wir wissen, dass der Glaube und die Gnade etwas vollbringen müssen am Menschen. Etwas, was den Menschen zur Erlösung führt. So, am Ende dieses Ganzen muss ja etwas herauskommen. Es muss Erlösung als Ergebnis geben. Vielleicht schreiben wir das hier entlang. Das Ergebnis dieses Glaubens ist Erlösung. Ewiges Leben. Bewährung für das Reich. So, das Ergebnis des Ganzen ist die Erlösung. So, was muss der rettende Glaube bewirken, damit Erlösung herauskommt? Damit das Ergebnis, dass der Mensch aus der Gefangenschaft, wo wir gesehen haben, entfernt wird. Die erste Sache, wenn man so will, der Glaube emporbringt. Es ist die Vergebung. Das Blatt ist ein bisschen zu klein, dass ich alle Gedanken da hineinschreiben könnte. Das heißt, was der Mensch am Anfang braucht, ist ein Werk, um seine Vergangenheit zu beheben. Er braucht eine saubere Vergangenheit. Und das ist das Werk saubere Vergangenheit. Diese saubere Vergangenheit ist letztendlich die Vergebung oder das Leben Jesu außerhalb von mir. Das heißt, ich brauche Vergebung, ich brauche eine saubere Vergangenheit. Dafür ist Christus gekommen, er hat ein sauberes Leben geführt und er schenkt mir anstelle meiner unsauberen Vergangenheit seine saubere Vergangenheit. Das ist, wenn man so will, das äußere Kleid, das bedeckende Kleid der Gerechtigkeit Christi. Man nennt es in den theologischen Begriffen auch die zugerechnete Gerechtigkeit. So, wir haben also eine saubere Vergangenheit, aber die bekomme ich durch etwas, das außerhalb von mir geschehen ist. Das ist das Zurechnen des Lebens Jesus anstelle meines Lebens für meine Vergangenheit. Das ist das erste Werk des rettenden Glaubens. Ich muss glauben, dass ich ein neues Leben bekommen habe anstelle meines alten. Aber dann kommt das zweite Werk des Glaubens. Es muss in meinem rettenden Glaube etwas weiteres tun. Er muss das, und jetzt male ich hier unser bekanntes Logo des bösen Auges. Es muss also, der rettende Glaube muss das böse Auge vernichten. Es muss das böse Auge töten, das ist nichts anderes als das Leben Jesu. Das heißt, ich lebe das Leben, was Jesus gelebt hat. In meiner Vergangenheit konnte ich das natürlich nicht leben, weil ich hatte ja noch nicht den rettenden Glauben. Ich bin noch nicht zu ihm gekommen. Aber jetzt bin ich zu ihm gekommen. Ich habe mein altes Leben mit dem Seinen ausgetauscht. Und jetzt beginnt ein Prozess. Dieses Töten des alten Auges ist nicht etwas, das von heute auf morgen passiert, sondern das ist ein Prozess, bis es ganz getötet ist. Deshalb brauchen wir die Anfechtung, die uns zeigt, wo das Auge noch aktiv ist, bis es völlig abgetötet ist und in mir nichts mehr vorankommt, was ich aus mir selber tun kann, sondern alles, was ich tue, ist das Leben Jesus zu leben. Ich habe es einmal bekommen für meine Vergangenheit, aber jetzt wirkt es in mir, damit ich dasselbe Leben zum Ausdruck bringe. Und das Leben Jesu, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, ist durch das Töten des Auges ja noch nicht getan. Ich brauche ja anstelle des toten Augens die Wahrheit. Ich brauche also das Gute, wie die Schrift sagt, wie Jesus sagt, das gesunde Auge. Und auch das gesunde Auge ist nichts anderes als das Leben Jesus in mir. Das heißt, das Leben Jesus in uns muss drei Dinge vollbringen. Es muss uns, oder das Leben Jesu muss drei Dinge vollziehen. Die Gnade Gottes, wenn man so will, um uns zu erlösen, muss einen mindestens dreifachen Weg gehen. Das erste ist die Vergangenheit. Das zweite ist das Töten der Wurzel. Das ist das Ich, woraus wir leben. Hier, hier, hier lebt das Ich. Hier ist das böse Auge an der Macht. Und es wird nicht abgetötet. Es wird nicht umgetauscht. Man tut alles aus sich selbst heraus. So, das Leben Jesu muss also das Auge töten. Es muss das eigentlich, der alte Mensch muss am Kreuz gekreuzigt werden. Und dafür bekomme ich ja den Geist oder das gesunde Auge. Und der Geist bringt ja in mich hinein nichts anderes als das Leben Jesu. Was er selber gelebt hat, das heißt seine Grundsätze. Und diese Grundsätze, deshalb habe ich es auch blau gemalt, ist nichts anderes als die Werke des Gesetzes. So, der nicht rettende Glaube, der tote Glaube, wie viele Werke kann er tun, die das Gesetz Gottes erfüllen? Wie viel Liebe kann aus so einem Leben kommen? Hier, die Werke des Gesetzes führen zur Erfüllung des Gesetzes, nämlich der Auslebung der Liebe Gottes. Während das hier nie, nie, hier hat man menschliche Liebe, wenn man das überhaupt so nennen kann. Hier hat man menschliche Bestrebung. Hier kann man im nicht rettenden Glauben keinen Erfolg haben im Leben. Das heißt, hier befindet sich die religiöse Welt. Und Sie werden sehen, weil wir alle wollen ja Gutes tun, weil wir sind gemacht um des guten Willen. Und jetzt müssen wir aber verstehen, wie funktioniert mein Gutes, meine gute Absicht? Ja, wir Menschen wollen immer das Gute tun. Es ist ganz klar, wir haben gute Absichten. Wenn jemand streitet, hat er gute Absichten. Wenn jemand tötet, hat er gute Absichten. Wenn jemand meint, er muss mit seiner Zunge, wer weiß was sagen, hat er gute Absichten. Er will doch immer das Gute, weil das ist der Ansporn, mit wem Gott uns ausgestattet hat. Wir sind ja in seinem Ebenbilde gemacht. So, wir wollen das Gute tun, nur können wir es nicht, weil wir eine falsche Wurzel haben, ein böses Auge, das alles aus sich selbst heraus tut, weil es denkt, es ist Gott. Also kann ich alles aus mir heraus tun. Und jetzt ist es wichtig, dass wir diese zwei Dinge unterscheiden. Dass wir sehen, den nicht rettenden Tote-Glaube und den rettenden, den rettenden Glauben, der lebendige Glaube und was er vollbringt in diesem dreifachen Werk, das geschehen muss, damit der Mensch auch ein rettenden Glauben hat. So, lasst uns ein wenig betrachten die Erkenntnis des Luther. Wo befand sich Luther, als er die Gerechtigkeit durch den Glauben offenbart bekam? Wo er anfing, einen Lichtblick zu sehen, wo befand er sich? Wir alle mehr oder weniger kennen die Geschichte. Luther war ein ernster Mensch. Er war ein religiöser Mensch. Und er wollte erlöst sein. Er wollte von Gott angenommen sein. Und so tat er gewisse Dinge, damit er von Gott angenommen sein. Und was ihn von Gott trennte, das wusste er, das ist seine Sünde. Und so tat er Dinge, um seine Sünde wegzubekommen. Unter anderem schlug er seinen eigenen Leib und kasteite sich. Auf der anderen Seite, als er die Offenbarung bekam, war er auf diesen Treppen Roms und quälte sich, da hoch und runter zu gehen, weil er wollte seine Sünde abbezahlen. Er wollte für seine Sünde sühnen. Er wollte etwas tun, damit seine Sünde vergeben würde. Es ist dasselbe, was ich vor einem Jahr sah in Myanmar, in einem buddhistischen Tempel, wie dort eine Schar von Menschen den Tempel kehrten mit Besen als Ritual. Sie säuberten sozusagen ihr Leben dadurch. Sie taten das, damit ihre Sünden vergeben werden. So, sie gehen und zünden eine Kerze an, sie gehen und beten, sie gehen und tun etwas dem Buddha, sie waschen ihn 50 Mal am Geburtstag, wenn sie 50 Jahre alt sind. Sie tun unterschiedliche Dinge, um sich selbst zu reinigen. Braucht der Mensch Reinigung? Braucht der Mensch Vergebung der Sünde? Braucht er ein reines Leben für seine Vergangenheit? Braucht er eine Sauberkeit? Absolut. Er ist sich dessen bewusst. Aber jetzt kommt der Teufel und jetzt versucht er den Menschen, diese Sauberkeit aus sich selbst herauszutun. Das heißt, ich tue etwas, damit meine Sünden vergeben werden. Und jetzt ist die Frage, kann ich etwas tun? Und was kann ich tun, damit meine Sünden vergeben werden? Kann ich irgendeine Tat tun, dass ich die Taten, die ich gemacht habe, nicht mehr gemacht habe? Kann ich das irgendwie rückgängig machen? Oder kann ich es nicht rückgängig machen? Ich denke, wir sind uns alle einig. Wir können nicht in die Vergangenheit gehen. Wir können es nicht wieder gut machen, was wir getan haben. Alles, was wir können, ist durch den Glauben anzunehmen, die Vergebung, das, was am für uns im Leben Jesu erbracht wurde, dass wir das glauben, dass er das für uns gelebt hat. Dass wir glauben, dass Jesus auf diese Welt kam, dass er nicht für sich selbst lebte, nicht um sich selbst seine Ewigkeit zu schaffen, sondern er kam auf diese Welt, um, wie wir letztes Mal gelesen haben, seinen Feinden, das Brot des Lebens zu bringen. Er kam, um sich selbst zu geben, er kam, um selbst zu leben für uns. Und von der Krippe oder wenn man will, von der Inkarnation in der Maria, von da an bis zu seiner Auferstehung hat Jesus für uns gelebt. Und alle seine Taten, die er getan hat, hat er für uns getan. Ob er sich jetzt taufen ließ, obwohl er nie bedarf und bedurfte einer Taufe und einer Sündenvergebung und einer Töten des alten Menschen in dem Sinne, dass er ihn ja nie benutzt hat, so hat er es dennoch getan. Er tauft, er tötet, er zeigt, für mich tötet er den alten Menschen in sich und für mich geht er ans Kreuz. Alles, was Jesus tut, tut er, damit ich eine saubere Vergangenheit habe, damit ich lebe. Und was bleibt mir übrig, außer zu sagen, ich glaube es, ich nehme es an. Ich kann nichts tun dafür, was er für mich getan hat. Kann ich etwas tun dafür, dass er für mich getan hat? Ich kann nicht tun, was er für mich getan hat. Ich kann das nur im Glauben annehmen. Ich kann glauben, dass ich gestern ein Mörder war und heute ein Heiliger. Ich kann es nicht beweisen für meine Vergangenheit. Ich kann es nur glauben. Das ist nur eine Annahme. Das erste Werk, das Gott in unserem Leben tut, müssen wir annehmen, müssen wir. und ist ein, ich sage es mal, ein reiner Gedankenprozess, ein Annahme, ein Glauben. Und das war das, was den Paulus beseelte, als er in den ersten Kapiteln des Römenbriefes schrieb, dass der Mensch gerecht wird, durch den Glauben allein. Das heißt, dass er nichts tun kann für seine Vergangenheit. Er kann nichts tun, damit er wieder ein sauberes Leben hat. Das ist nie möglich. Deshalb kam das erste Licht und so musste das erste Licht kommen mit dem ersten Schritt. Und der Luther verstand auf den Treppen dort, okay, was ich hier tue, ist falsch. Ich quäle mich, um bei Gott angenommen zu werden. Ich quäle mich, dass meine Sünden weggewaschen werden. Ich versuche, meine Sünde selbst zu sühnen. Dabei ist sie doch schon an meiner Stelle in Jesus Christus am Kreuz von mir weggenommen worden. Ich trage sie nicht mehr und er schenkt mir dafür ein völlig neues Leben. das war der große Aufschrei, das war die große Erleuchtung, die der Luther verstand. Und es war der erste Schritt, der ihn befreite, dass er nicht mehr gehen musste und sich kasteien und sich prügeln für die Sünden der Vergangenheit. Wisst ihr, wenn wir, wenn ich früher noch bevor meiner erneuten Bekehrung sündigte, dann hätte ich gern gewollt, irgendwie etwas tun, dass ich das wieder gut mache. Man verspricht an Gott, Herr, wenn du das und das, dann tue ich das. Und all diese Versprechen kommen aber letztendlich. Ja, aus einer guten Absicht. Sie kommen, weil wir uns beschmutzt sehen. Aber wir können doch nicht mit einem Versprechen unser letztes, unsere Tat von gestern wieder gut machen. Sie ist getan. Für sie muss ich letztendlich gerade stehen. Aber wenn ich für sie gerade stehen muss im Gericht, dann wird mich das Gesetz Gottes der Freiheit, mit dem ich gerichtet werde, wird mich verdammen, weil ich es ja nicht gehalten habe, weil ich es nicht erfüllt habe. Ich habe die Liebe Gottes nicht gelebt, sondern meinen Egoismus. Ich habe aus der teuflischen Idee, ich bin Gott, gelebt. So, das müssen wir als ersten Punkt verstehen. Und das war das, was der Paulus den Römen unmissverständlich klar machen wollte. Und über diese Klarheit ist sich Johannes genauso klar, Jakobus und Johannes und alle Apostel, sie haben es richtig verstanden. Wir werden aber nur kommen und schauen, wo wir es nicht verstehen. weil er bringt ja in der in dem ganzen Römer Kapitel 3 ganz klar hervor, dass der Mensch in einem Zustand ist, da er nicht zu Gott kommen kann. er beweist hier, dass vielleicht lesen wir es in seinen Worten ab Vers 10 in Römer 3 es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Vers 10, 3 Vers 10 wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Ottengift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihnen, vor ihren Augen. So, das ist der Zustand eines jeden Menschen, der auf diese Welt kommt und lebt in seinem bösen Auge. Da kann nichts Gutes herauskommen. Was kannst du da aus dir Gutes etwas tun? Wenn du von Grund auf in deiner Motivation all dein Handeln wird bestimmt vom bösen Auge, dann kann nichts Gutes herauskommen. Schaut, er hat hier, und ich finde das so wunderbar, und das zeigt, dass das der Geist Gottes ist, der die Bibel geschrieben hat, nicht der Paulus, nicht der Apollos, nicht der Jakobus oder Johannes, sondern es ist der Geist des Herrn, es ist Gott, der durch diese Menschen Sprach, seht ihr alle Dinge hier aufgezeichnet, die die Gläubigen im Gegensatz so nicht mehr sind? Sehen wir hier, wenn er sagt, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Wie ist die Erstlingsfrucht? Ist die Erstlingsfrucht gerecht, wird sie als gerecht bezeichnet oder wird sie als ungerecht bezeichnet? Wie wird die Erstlingsfrucht bezeichnet? Sie stehen dort auf dem Berg Zion, sie haben den Namen seines Vaters auf ihren Stimmen, Stirnen und sie sind unsträflich im Vers 5, Kapitel 14 vor dem Throne Gottes, gerecht oder ungerecht? Sie sind völlig gerecht. Sie haben hier in Vers 12 das standhafte Ausland, die Geduld der Heiligen, sie halten die Gebote Gottes und sie haben den Glauben Jesu. Diese Menschen, diese Erstlingsfrucht, die im Gegensatz zu denen, die in Römer 3 geschrieben sind, was anders, oder nicht? Etwas muss doch passiert sein, von diesem Zustand zu dem anderen Zustand. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts, da ist keiner, Gutes tut, da ist auch nicht einer. Aber so sind die 144.000 nicht, so ist die Erstlingsfrucht nicht, sie tun das Gute. Sie haben Jesu Liebe in ihrem Leben und sie vollbringen das Gute. Und jetzt geht's schön weiter. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie Ottengift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Was finden wir bei den 144.000? Was finden wir bei der Gruppe, die der Johannes beschreibt, die der Johannes dahin führen will? Was ist im Munde dieser Menschen zu finden? Otterngift? Ist ihre Kehle ein offenes Grab? Das heißt, sind sie zornig? Weil letztendlich ist der, der mit seiner Kehle, das heißt, sie töten um sich herum, mit Worten, mit Zorn, mit Ungeduld. Aber das sind doch nicht die 144.000, das ist doch nicht die Gruppe, die mit Christus, mit dem Lamm auf dem Berg Zion steht, die steht doch hier, sie haben in ihrem Munde ist kein Betrug gefunden. Ihre Worte, ihre Ausdrücke sind ein anderer Ausdruck wie der, der sie hatten, als sie zu Gott kamen. ihre Füße eilen und Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Das ist der Mensch, der vorher ist. Es ist keine Gottesfurcht vor ihnen, vor ihren Augen. Was haben die Gruppe am Ende der Zeit für eine Beschreibung? Es ist doch genau das Gegensatz. Sie sind Gottes fürchtig. Hier ist die Gruppe, die Gott fürchtet und seine Gebote hält. Hier ist die Gruppe, die der Jakobus dort beschreibt und sagt, dass sie das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Es ist die Gruppe, die den Elia beschreibt, der in seinem gerechten Handeln den Himmel verschließen konnte. Und er war ein Mensch, sagte Jakobus so wie wir. So der Anfangspunkt eines jeden Menschen ist gleich. Wir haben nichts Gutes in uns und wir können aus uns heraus nichts Gutes bringen und was wir sicherlich nicht können ist für unsere Vergangenheit Sühnen. Dieses Werk ist ein Werk des Glaubens. Dieses hat Christus für mich getan und alles was ich tun kann ist es im Glauben anzunehmen. Es im Glauben anzunehmen. Aber ist das alles? Ist damit das Werk der Lösung gemacht? Verstand Paulus dass wenn der erste Schritt sozusagen aus Glauben allein passiert dass der zweite nicht auch aus Glauben kommt? Als Satan möchte ja immer dass wir ausspielen ausspielen das eine mit dem anderen dass wir sagen der Paulus hatte die Meinung der Jakobus hatte die Meinung meine lieben entweder ist Gott der Schreiber nicht dass es wortwörtlich eingegeben hat aber der die Ideen in diesem Buch geschrieben hat oder es ist nicht Gott und Gott widerspricht sich nicht deshalb ist es auch nicht relevant wer was geschrieben hat ich muss nur prüfen ob es Gottes Wort ist oder nicht so Paulus beschreibt hier schön den ersten Schritt deshalb sagt er keiner ist gerecht auch nicht einer und er kann machen was er will wenn es nicht durch den Glauben er das Leben Jesu annimmt ist mit ihm nichts zu machen der erste Schritt ist da und der Luther erkennt den ersten Schritt und er lebt in ihm auf aber ist das alles schaut der paulus schreibt weiter in seinem brief an die römer er bleibt nicht bei der idee dass das gesetz abgeschafft ist schon nicht im dritten kapitel wo er sagt es ist doch so dass wir durch den glauben und durch gott die vergebung unserer sünden haben aber das gesetz bleibt bestehen so er hat der abraham ist auch bei paulus nicht der der etwas gemacht hat aus sich heraus sondern der sich verlassen hat auf die verheißung dass er einen sohn bekommt ich lese vielleicht dass wir das sehen weil der sohn war ja das versprochene neue leben das der mensch brauchte und der paulus versucht mit worten die ihm gott geholfen hat zu sagen zu uns klar zu machen was er was der glaube ist was 16 darum ist aus glauben damit es aufgrund von gnade sei auf dass die verheißung dem ganzen samen sicher sei nicht nur derjenigen aus dem gesetz sondern auch denen aus dem glauben abrahams der unser aller vater ist wie geschrieben steht ich habe dich zum vater vieler völker gemacht vor gott dem er glaubte der die toten lebendig macht und dem ruft was nicht ist als wäre es da so er hat da wo nichts zu hoffen war auf hoffnung hingeglaubt dass er ein vater vieler völker werde gemäß der zusage so soll dein Sam sein der Abraham hat noch nichts gesehen er hatte keine erfüllung des der verheißung dass sein Samen das größte ist und dennoch hat er es geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet aber blieb Abraham bei diesem Zustand oder ging es weiter in seinem Leben bleibt Paulus bei der Beschreibung dieses ersten Prozesses oder führt er aus dem ersten Prozess den zweiten ein und diesen Übergang merken die meisten Theologen nicht ich weiß nicht woher so viel Blindheit sie sehen nicht dass er dann ab Kapitel 5 6 7 8 und die restlichen Kapitel 9 10 11 sind über die Juden geschrieben aber dann im 12 und die anderen das sind hoch praktische das ist dasselbe wie der Jakobus er widerspricht sich ihm nichts mit dem Jakobus der Paulus spricht mehr Kapitel in seinem Römerbrief über den zweiten und dritten Abschnitt des Lebens des gläubigen Lebens als über den ersten so er kommt ganz klar letztendlich in Kapitel 7 zu dem großen Punkt wo er sagt ich elende Mensch ich will das Gute tun und vollbringen kann ich es nicht und welches ist die Lösung dass ich es vollbringen kann die Lösung ist doch ganz klar hier in Kapitel 8 wenn er sagt so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die welche in Christus Jesus sind die nicht gemäß dem Fleisch wandern sondern gemäß dem Geist das heißt hier ist etwas geändert worden und er sagt im Kapitel in Vers 3 und 4 denn was dem Gesetz unmöglich war weil es durch das Fleisch kraftlos war das tat Gott indem er seinen Sohn sandte in der Gleichgestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde die wir nun nicht gemäß dem Fleisch wandern sondern gemäß dem Geist und wir haben uns in den letzten vorletzten Stunde gesehen dass es hier einen Kampf gibt zwischen den Trachten des Fleisches und des Geistes und wir wissen ja es ist das böse Auge und das gute Auge das böse Auge ist das Fleisch und das gute Auge ist der Geist das Leben Jesu was in unser Leben kommt und wir wissen dass das Ganze einen Ablauf hat und es Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit die an uns geoffenbart werden soll denn die gesamte Verwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei er geht genauso wie der Jakobus weiter und sagt hier muss ein Werk geschehen und er beschreibt das was ich sehe den Römer 8 genauso eine ein Blick auf die Endzeit wie ich den Jakobus Brief sehe der Paulus hat ein Ziel was am Ende sein muss es müssen die Söhne Gottes offenbart werden in der Gestalt des Charakters Christi und er geht weiter und geht ganz klar auf etwas ein und sagt in Vers 29 denn die er zuvor er sehen hat die hat er auch vorher bestimmt dem Ebenbild seines Sohnes gleich gestaltet zu werden damit er der erstgeborene sei unter vielen Brüdern das ist Christus auf dem Berg Zion das ist das Lamm auf dem Berg Zion der erstgeborene mit seinen Brüdern Sünden die die genau ähnlich sind die gerecht sind die in ihrem Munde keine Lipp keine kein kein falsch mehr zu finden ist deren Herzen rein sind die in keinster Weise noch Sünde tun die das Gesetz völlig erfüllen weil sie sind freigemacht worden von dem Gesetz der Sünde sie sind freigemacht worden von dem bösen Auge ihres Herzens von ihrem eigenen nicht vom fleisch sie haben das fleisch gekreuzigt und wo führt das ganze hin wer will verurteilen steht es hier und ich lese vielleicht noch 33 wer will gegen die auserwählten gottes anklage erheben gott ist es doch der rechtfertigt wer sind die auserwählten gottes und wenn ihr ein bisschen ein genaueres bibelstudium macht dann werdet ihr sehen die auserwählten gottes sind genau die die auch jesus beschreibt in seinem endzeit ansprache in matthäus 24 wo er sagt lasst euch nicht verführen denn die verführung wird so schlimm sein und wenn es geht würden auch die auserwählten verführt werden da geht es um den endkampf da geht es um das ende die auserwählten sind die versiegelten gottes der endzeit sie sind es die dort stehen werden am gläsern meer sie sind es die mit christus auf dem berg zion stehen und wer will gegen die auserwählten gottes anklage erheben wer weil diese sind sauber sie schauen sich im spiegel des gesetzes an und es ist nichts drin was das gesetz findet an ihnen zu verdammen und im blick dessen was der jakobus schreibt von der anfechtung der paulo schreibt es ja hier genauso dass die leiden dieser zeit nicht sind so geht es weiter und sagt hier wer will gott ist es doch der rechtfertigt wer will gegen wer will verurteilen christus ist es der gestorben ist ja vielmehr noch der auferweckt ist der auch zu rechten gottes ist der auch für uns eintritt wer will uns scheiden von der liebe des christus oder angst oder verfolgung oder hunger oder blöse oder gefahr oder schwert das heißt wir sind in der anfechtung in der schlimmsten anfechtung paulus hatte nie wenn man so will durch sein leben hin nachdem er bekehrt worden ist eine zeit wo er vielleicht ruhe hatte wurde ständig angefochten und er sagt hier von sich wie geschrieben steht um deinet willen werden wir getötet den ganzen tag wie schlachtschafe sind wir geachtet aber in dem allen überwinden wir weit durch den der uns geliebt hat denn ich bin gewiss dass weder tot noch leben weder engel noch fürstentümer noch gewalten oder gegenwärtiges noch zukünftiges weder hohes noch tiefes noch irgendein anderes geschöpft uns zu scheiden vermag von der liebe gottes den christus jesus ist unserem herrn was sagen diese texte aus das ist der endzustand der gläubigen sie können nicht mehr getrennt werden von der liebe gottes in dem sinne sie handeln nicht mehr lieblos das ist es dass sie nicht getrennt werden können von der liebe gottes weil von der liebe gottes kann sowieso niemand uns trennen er liebt uns immer aber unsere sünde scheidet uns von ihm wenn unsere lippe bleibt ungerecht dann wird sie uns von gott trennen von der liebe gottes aber hier geht es um die endzeit menschen die durch die schlimmste prüfungszeit gehen die einen glauben haben müssen der aushalt fähig ist der geprüft ist der bewährt ist der mit nichts mehr zulässt dass derjenige der dort steht aus der liebe gottes fällt damit ist dann der mensch zum ende gekommen er ist zur erlösung gekommen er ist reif geworden für die scheune des himmels er ist reif geworden für die scheune des himmels so der paulus beschreibt in seinem langen römerbrief er nutzt drei oder vier kapitel für das erste werk lasst es uns noch mal betrachten ganz nahe wir brauchen dieses erste werk und es kann nur aus dem glauben kommen aus einer annahme aber schaut auch die sündenvergebung ist sie bedingungslos nein sie ist nicht bedingungslos wenn der glaube der mich zu gott bringt weil ich ein mörder war oder sagen wir ein kinderschänder oder ein nimmer eine schlimmste der sünde die es heute so gibt auf dieser welt die uns alle erschreckt und wir kommen zu gott und gott sagt ich gebe dir ein neues leben dafür wäre es dann damit gegeben dass jetzt ich habe eine saubere vergangenheit alles ist weg und ich mache so weiter wie bisher ist unmöglich man kann die zwei werke das erste und das zweite voneinander nicht trennen der glaube macht beides der glaube macht sowohl eine saubere vergangenheit das ist ein unsichtbares werk aber es muss auch ein sichtbares geschehen nämlich das töten des ichs das ersetzen mit dem geiste gottes mit dem leben jesu in mir und das muss etwas in mir wirken so wie der sauer teig wirkt im leben es endet es vollkommen über nacht das das zeigt es ist ein zeitprozess nicht eine sekundenschnelle arbeit so wir sind in dieser dieser ganze prozess ist eine einheit und diese einheit hat satan getrennt der jakobus und auch der paulus und sie alle schreiben für alle zeit jekobus schreibt es besonders für unsere zeit weil was hat der satan in seiner ausgeklügelten art und weise er hat gesehen dass er den menschen hier nicht halten kann er hat gesehen dass dass er den luther nicht halten konnte in dem irrtum dass er etwas für seine sünden tut obwohl er immer noch die größte menschheit menge dieser welt darin bestärkt und sagt okay tut etwas für eure sünden ihr müsst eure sünden abwaschen ihr braucht dafür 50 leben wenn es geht bis ihr alle eure sünden abgewaschen und 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 dafür gesühlt habt da betrügt er noch immer eine ganze menge das satan hört mit seiner ersten betrugerei nicht auf aber jetzt ist ihm noch was schlaueres eingefallen und damit betrügt er heute die mehrheit der christin inklusive es ist ganz egal ob sie adventisten heißen oder ob sie baptisten heißen oder pfingstler oder was auch immer es gibt zeugen jehovas sie sind betrogen weil in ihrer theologie sie ein werk von dem anderen trennen und satan macht genau das er sagt okay ich kann euch nicht halten dass ihr glaubt dass christus für euch gekommen ist und für euch gestorben ist und euch ein leben gibt eine saubere vergangenheit aber jetzt machen wir hier einen strich wir wir sind jetzt erlöst wenn wir eine saubere vergangenheit haben und es zählt nicht mehr was wir danach tun vielleicht doch wir tun das was danach kommt aus liebe zu gott und auch wenn das irgendwo wahr klingt so muss man es genau definieren was damit gemeint ist handel ich jetzt aus liebe zu gott das heißt handel ich aus mir heraus wieder um gott zu dienen oder handel ich aus gott heraus um gott zu dienen geht es um gott oder geht es um mich geht es um gottes erlösung oder um meine erlösung satan ist ein genialer schachzug gelungen und der ist den hat er gemacht in der medizin und den hat er gemacht in der theologie er trennt das sichtbare von dem unsichtbaren er trennt den geist vom körper und heute hat jede medizin er hat keine ahnung dass es einen geist gibt und ganz geschweige was es ist wir nennen es psychisch aber wir denken es kommt aus dem körper also ist der ist der geist nun ausdruck des körpers so wie die blume auf der pflanze da ist der geist und damit sind wir völlig im tod sind wir völlig im irrtum in der medizin wie wir nur im irrtum sein können und in der religiösen welt macht er denselben super schachzug super schlau betrügte den menschen indem er sagt du bist erlöst wenn du den ersten schritt gehst und jesus annimmst das ist noch keine erlösung das will der jakobus in diesem abschnitt den wir gelesen haben klar machen das will auch der paulus klar machen aber es ist erstaunlich dass man es beim paulus nicht sieht aber beim jakobus sieht gott sei dank sieht man es zumindest bei einem und dann müsste man sich fragen ist der paulus jetzt im widerspruch sind ist römerbrief und tebräerbrief oder wie sie alle sind sind sie im widerspruch zueinander oder ergänzen sie sich bringen sie dasselbe bild vielleicht mit ein bisschen anderen worten die wahrheit ist der jakobus bringt es auf den punkt so dass kein missverständnis ist der mensch wird gerechtfertigt durch werke und damit kann man muss man widersprechen weil man versteht nicht dass man von zwei unterschiedlichen dingen spricht die eins sind wenn sie zusammen funktionieren so der jakobus möchte es deshalb klar machen weil in unseren tagen wir sind nicht mehr so wie luther wir sind fortgeschritten wir tun nichts für unsere für die vergebung unserer sünden wir haben das kapiert ich sehe keinen mehr der der lange wege geht und es gibt vielleicht noch ein paar christen die ihre bußwege gehen oder was auch immer sie tun damit sie ihr geld zahlen damit die die sehle der verstorbenen himmel klingt oder was auch immer es gibt noch ein paar hin und da die mehrheit würde ich jetzt sagen der christen sie sie alle glauben sie sind erlöst durch das werk christi ohne zutun sie alle glauben das und jakobus sagt das stimmt nicht weil der satan trennt zwei dinge die man nicht trennen kann voneinander er trennt den ersten schritt ich brauche eine saubere vergangenheit von dem zweiten das töten des ichs er trennt das äußere leben jesu was gott von mir außen getan hat mit dem innenleben jesu und sagt das äußere zahlt schon alles das äußere macht alles bereit ob du jetzt innen richtig bist oder nicht das spielt keine rolle du bist ja schon erlöst und so hat man heute und derjenige der sich vielleicht damals als die diskussion da war im internet es gab einen gewissen tony palmer ist inzwischen verstorben er kam und sagte den leitenden christlichen charismatischen führen in usa und brachte eine botschaft vom papst und er sagte es gibt keinen grund mehr zur reform die reformation ist zu ende die katholische kirche hat es kapiert wir alle haben es kapiert wir alle sind erlöst durch den glauben und die werke sind eine folge unserer lösung und das unterschreibt heute jede glaubens religion jede christliche glaubens religion oder fast jede aber ist es die wahrheit ist es die wahrheit tue ich die guten werke weil ich erlöst bin oder sind die guten werke notwendig für die erlösung jetzt wird es haarig jetzt wird es schwierig jetzt kann man mir werksgerechtigkeit vorwerfen aber meine lieben geschwister dieses werk hier der reinigung meines herzens bringt werke hervor wenn mein glaube nicht werke hervor bringt die mit dem gesetz übereinstimmen wenn die gerechtigkeit die vom gesetz gefordert in mir nicht zum tragen kommt ist mein glaube null und nichtig das werk der heiligung gehört zur lösung genauso dazu wie das werk der vergebung du bist nicht erlöst durch die vergebung und die heiligung ist ein zusatz zur lösung beides geht zusammen bis zum schluss bis die umwandlung komplett ist dann erst ist die erlösung des menschen abgeschlossen dann erst sind wir reif deshalb sind wir noch auf dieser welt meine lieben deshalb schreibt der jacobus diesen brief um uns endlich wach zu rütteln und sagen ihr lieben christen ihr seid verführt in dieser letzten zeit hat satan ein 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 meisterstück der verführung vollzogen er trennt das was nicht zu trennen ist voneinander und damit führt er eine ganze welt ins verderben ich meine eine ganze christliche gläubige welt es zählt nicht mehr wir machen heute veranstaltungen ob es jetzt egal welche konfession sind ich musste mir neulich etwas anschauen und da war es es ging um christus es ging um wer weiß einheit es ging um ja dass das christus im mittelpunkt stehen sollte aber gleichzeitig war dort ein verhalten die zungen redeten weltlich die musik war weltlich die die kleidung war weltlich die ganze art und weise des gebens war weltlich es war genau die beschreibung dessen was steht in römer kapitel 3 aber diese menschen erachten sich für erlöst ist das nicht eine schlimme sache wir tun etwas unter dem christlichen namen aber unsere lippen beweisen dass wir mörderische absichten haben wir reden mit anderen wir schreien wir quälen wir wir fluchen genau das alles kam vor in diesen veranstaltungen die ich beobachtet habe aber keiner derer die das organisieren sagt meine lieben das ist nicht das werk des gesunden auges das ist das werk des bösen auges woran soll ich erkennen dass ich lebendig bin sagen wir mal so ich bewege mich ich tue das richtige so habe ich einen geist bin ich lebendig ist der geist vom körper getrennt bin ich tot es gibt ein sichtbares und unsichtbares element im menschen es gibt ein sichtbares und unsichtbares element im glauben das unsichtbare element im glauben ist dass ich allein glaube dass meine vergangenheit sauber ist das ist das unsichtbare element aber es wäre doch ganz schlimm wenn ich in der vergangenheit wer weiß welche bösen taten getan habe ich habe jeden tag mir menschen irgendwo getötet und jetzt bin ich im glauben und ich töte weiter weil ich bin ja jetzt erlöst oder ich versuche aus liebe zu Gott jetzt das nicht mehr zu tun wird jemand es schaffen wenn sein ich nicht gestorben ist christus kam am kreuze macht er beide werke er gibt mir eine saubere vergangenheit aber er muss auch mein töd mein ich töten die wurzel alles übelst dass ich denke ich bin gott wenn das nicht tot ist dann vollzieht es nicht deshalb in der anfechtung zeigt sich ob ich christ bin oder nicht in der anfechtung zeigt sich ob ich trennbar bin von der liebe gottes oder untrennbar bin von der liebe gottes in den werken zeigt sich das unsichtbare werk gottes in uns deshalb sagt gott ganz klar ich vergebe dir aber vergibst du nicht ist meine vergebung auch hinfällig auch die vergebung ist bedingt durch das weiterfolgende werk wenn ich aber bei diesem werk stehen bleibe und denke damit habe ich schon alles erreicht der glaube allein hat mich erlöst und ich bin schon erlöst obwohl das nur die hälfte der sache ist oder ein viertel dann bin ich natürlich maximal verführt maximal verführt satan hätte kein größerer Schlag in der christenheit vollziehen können außer diesen betrug und ich weine mir das herz aus manchmal wenn ich sehe dass es in unseren reihen genauso gedacht wird das in unseren reihen wird das was der tony palmer beschrieben hat dieses werk das katholische und und evangelische leiter unterschrieben haben dass wir errettet sind durch den glauben und die werke sind eine folge der lösung das ist nur eine halbe sache das ist falsch unsere werke beweisen unsere erlösung das ist richtig nicht umsonst schreibt christus an laudizea nicht ich sehe deinen glauben und sage ich finde nicht nein er sagt ich sehe deine werke die werke sind nur sichtbar der glaube ist nicht sichtbar der leib ist nur sichtbar der geist ist nicht sichtbar aber sind sie deshalb nicht da deshalb ist es so wichtig dass wir verstehen das ist nicht trennbar voneinander du kannst nicht sagen ich bin erlöst und deine zunge redet noch wer weiß welche witze da täuscht du dich selbst dessen gottesdienst sagt er jakobus ist eitel du kannst nicht behaupten du bist erlöst bis die erlösung nicht vollzogen ist bis das werk nicht beendet reicht es schon aus wenn der same gesät ist hast du dann schon eine frucht nein und da hat man noch keine frucht deshalb im gleichen ist das erste gleichnis das jesus erklärt und erzählt von den von dem samenstrahl zeigt dass es vier unterschiedliche böden gibt und er zeigt dass der same auf drei bürden aufgeht aber nur auf einem boden frucht bringt es reicht nicht aus dass der same gesät wurde es reicht nicht aus dass er wächst er muss frucht bringen ohne frucht ist das säen des samens und das wachsen des samens null und nichtig deshalb wer standhaft ist bis zum ende wird selig gab es menschen die nicht standhaft waren bis zum ende und ging verloren ja wir haben eine menge hatte der saul nicht gut angefangen hatte er nicht gut und demütig mit gott angefangen war er nicht der man gottes den der erste könig israels den gott sich ausgesucht hatte und was machte dieser saul als er geprüft wurde als als der samuel sich ein bisschen verspätete was machte er er wurde plötzlich zum priester obwohl er nie gerufen wurde priester zu sein er war nie gerufen ein Opfer zu aber er macht es plötzlich weil gott sich verspätet und dann gibt dem gott noch eine zweite chance sagt okay der samuel betet für ihn und und gott sagt okay ich tue ihn noch mal auf die probe ich mal schauen war es wirklich nur ein menschliches versagen und der saul fällt wieder hinein in dieselbe sache er bestimmt über gott er sagt ich weiß es besser ich weiß besser was wir tun wir können doch das gute hier nicht töten wenn gott sagt tötet alles das können wir doch nicht das ist das geht gegen den menschlichen verstand wir nehmen das gute und bringen es gott zum opfer und den könig tötet ich auch nicht weil ich brauche eine trophäe meines starken sieges das saul bewies durch seine werke dass er nicht erlöst war er hatte gut angefangen erlösung ist ein prozess und er geht bis zum ende und am ende bleibt der der überwindet am ende bleibt der dessen glaube werke hervorbringt die unerschütterbar sind der abraham wurde in dem schlimmsten geprüft weil er gefallen war er hatte etliche male den nicht lebendigen glauben gezeigt und er wird rechtfertigt endgültig als er alles opfert als er gott gehorsam ist als er glaubt dass gott die toten auf stecken kann als als er tut was gott ihm sagt damit bewies er der glaube ist rettend das ist rettender glaube wenn wir bewährt sind nicht am anfang nicht wenn wir auf den felsen fallen nicht wenn wir gesät werden nicht wenn wir neu geboren sind sind wir erlöst das ist ein irrtum wir sind erlöst wenn die Saat aufgegangen ist und Frucht bringt die Frucht ist der Beweis der Erlösung vorher ist es nicht erlöst vorher ist es nur ein wachstums prozess so machen wir schluss hier ich hoffe wir haben es verstanden es wird nicht in die falle des bösen hineinfallen in unserer zeit deshalb schreibt jacobus für uns heute unmissverständlich und klar dass der abram gerechtfertigt wurde durch werk Gott schaut auf laudizea und es ist die zeit des gerichtes und er sagt ich schaue deine werke deine worte deine taten deine art und weise du denkst du bist reich du denkst du bist erlöst du denkst du hast alles begriffen dabei hast du nichts begriffen du bist elend jämmerlich arm blind und bloß etwas muss geschehen der kapitalschlag satans ist gelungen er hat das getrennt was untrennbar ist und die menschheit und die christlichkeit will ich sagen lebt in der tiefsten finsternis der finsternis es gibt glauben sie sind erlöst während wenn man sie ein bisschen provoziert sie worte des zornes brechen sprechen lippen haben die mörden die verleumden und das sollen erlöste sein nein erlöst sind wir dann wenn wir in diesem werk der heiligung das ziel erreichen ich will es erreichen bin noch nicht dort deshalb möchte ich nie sagen ich bin erlöst möchte nie sagen ich bin errettet ich bin errettet auf hoffnung auf den glauben ich glaube dass gott eines tages aus mir einen anderen völligen menschenschaft so wie die geschrieben stehen am berg ziehe und stehen zusammen mit dem lamm das ist mein glaube ist meine hoffnung und daraufhin daraufhin erlöst aber nicht dass ich sage ich habe es jetzt schon erreicht ich habe es nicht erreicht ich weiß nicht wie es erreicht werden kann kann ja kann es ja nicht beurteilen ich kann nur sehen wie schlimm ich bin in meinem herzen aber ich will es ich glaube es dass gottes schaffen wird ich hoffe ich bete darum dass meine lippen eines tages nur noch gottes wesen aussprechen nur noch die worte aussprechen die mit seinem gesetz im einklang sind ohne ohne dass irgendein gemisch von stolz und egoismus da drin ist möge Gott uns diese gnade gibt am